Ach was, schon wieder im Ruhrpark? Was? Im Ruhrpark? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir brauchen definitiv mal eine Pipi- und Pupupause. Das habe ich mir reglich verdient, würde ich behaupten. Ach, brauche ich eine Valium. Machen wir eine kleine Pipi-Pupupause, Schipselpause, Trinkelpause, Raucherpause und dann sehen wir uns gleich spannend wieder bei Soma. Boah, ich muss jetzt mal meinen Puls messen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hatte ich jetzt die... Ich glaube, die Aufnahme lief trotzdem noch, ist egal. Was sind wir gekloppt? Nein, wir sind flexierten Hänger. So, dann geht's jetzt weiter nach der aufregenden Achterbahnfahrt. Um Gottes Willen. Ich will hier gar nicht sein. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo, Framerate. Hallo, Spiel. Bist du noch... Ah, okay. Hey, das Glücksrad. Okay, lass die Arche finden. Bin noch nie gefreut, da raus zu sein. Ja, ich auch. Oh nein, das wird nicht besser. Das Spiel wird nicht besser. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier? Ah, ja. Das muss das Badezimmer sein. Was ist das? Das ist das Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Eine Kanone für das Weltall? Okay, cool. Will ich da hin? Ah, hier könnte man wieder sein Ding, seinen Körper da ablegen. Schauen wir mal. Anzugstatus. Signal verloren, Signal verloren. Aktiv, Tau. Signal verloren. Da ist einer, ist aktiv. Ein Anzug. Ich hoffe, wir sind das. Wie geht's an Kater? Super, hier geht's an Kater. Ich mach mal eben die Taschenlampe aus. Was? No bundled words? Was? Ist Chillerkiller noch da? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Chillerkiller jetzt noch da ist. Warte mal. Ansonsten, ja, ist noch da, Gott sei Dank. War ja, glaube ich, nur eine Warnung, wofür auch immer der... Ich hab den Mobot heute auch mal mit am Start. Wegen die ganzen Links. Also, ein Anzug ist auf jeden Fall... Aha, kann man ja viel erkennen. Ein Anzug ist aktiv. Ich frage mich, ob ich wissen will, warum dieser Anzug aktiv ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum muss ich sowas immer spielen? Was? Vorsicht, Luftschleuse unter Druck. Abgesetzt, Abstand halten. Welche Schleuse? Welche Schleuse? Ach da. Was? Boah, die Soundkulisse, ne? Aha. Noch mehr Roboter. Komm mir, was du... Ah, schade, das geht nicht offen. Ich dachte, man kann das auch machen. Um Gottes Willen. Was ist das für eine große Base? Mhm. Bin mal gespannt, wo wir die Arche finden. Werden wir die überhaupt finden? Bin gerade sehr mutig, fällt mir auf. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du heiliger Strohsack. Jetzt gleich kommt ein Jumpscare. Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl. Ach du heiliger Strohsack. Das wird sein Grund haben, dass die Tür so verschlossen ist, oder? Ich hab die Renntaste schon im Anschlag. Boah. 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 Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Mach die Scheiß-Tür zu. Mach die Scheiß-Tür zu. Alter, mach die Scheiß-Tür zu. Alter, mach diese Scheiß-Tür zu. Alter, mach die Scheiß-Tür zu Geh weg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg, geh weg Scheiße, es hat uns Ich will das nicht sehen Nein, es hat uns Nein, scheiße Was war das denn? Ach du Scheiße, was war das denn? Wie eklig war das denn bitte? Es ist ganz nah Es kann glaube ich rennen, kann das sein? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, es ist hinter uns Ich weiß es Nein, nein, bitte nicht Bitte nicht Geh weg Geh weg Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, 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 geh weg Mach die Scheiß-Tür auf Mach die Scheiß-Tür auf, mach die Scheiß-Tür Wo bin ich? Wo bin ich? Mach die scheiß Tür auf! Da kann ich mich heilen. Uh-ha. Uh-ha. Oh. Was ein Stress. Das Ding kann bestimmt Türen aufmachen, hundertprozentig. Scheiße, hier komme ich gar nicht weg. Wo muss ich denn hin? Ich kann das gerade nicht orten, wo das Ding... Es ist ganz nah. Es ist ganz nah. Es ist ganz nah. Taschenlampe aus, ja. Dann sehe ich aber nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Scheiße, da war es. 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 Da ist es, 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 da ist es hier, es ist hier im Raum, es ist hier im Raum, ich kann es sehen, ich kann es sehen, irgendwo ist es hier, ich komme hier nicht weiter, ich klemme, ich klemme, ich klemme, ich komme hier nicht weiter. Geh weg. 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 Geh weg, Alter. Boah, ist das gemein. Boah, ist das fies. Alter Schwede, ist das fies. Es kann also im Dunkeln nicht sehen. Kann das sein? Wie, aber auch nicht. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Mach das scheiß Licht aus. Mach das scheiß Licht aus. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, hier. Hier wahrscheinlich irgendwas muss ich machen. Es ist hier, 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 es ist hier. Im Dunkeln ist gut Munkeln, sagt man ja, ne? Ich würde gerne an diesen Computer gehen, aber ich habe das Gefühl, das Vieh ist hier. Das ist so nah. Es soll weggehen. Ich kann das... Man kann das nicht so richtig orten. Boah, ist das fies. Boah, ist das fies. Alter. Nein, 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 nein. Das war der Anzug. Das war der scheiß fucking Anzug. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, hier. Schnell, 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 schnell. Aufgabenverlauf will ich nicht lesen, die Scheiße. Zentrale anrufen. Geht keiner dran, ist klar. Krankenstation anrufen, ist bestimmt gut. Hallo? Ich hab da gerade ein Problem. Es ist hier. Wir werden so sterben. 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 Ich bin da. Okay, ich muss wahrscheinlich nach oben irgendwo. Wie komm ich denn da hin? Hm. Toll. Also dann geradeaus. Rechts, links und immer geradeaus. Aber da komm ich gar nicht lang. Es ist hier. Es ist hier. Ich werde sterben. Ich versuch mein Glück. Ich versuch mein Glück. Ich versuch mein Glück. Und dann rechts war das, ne? Komm, nein, nein, das ist auf meiner Kasse. Nein. Sie sind gestorben. Scheiße. Fuck.